Live Tag Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Penta World mit dem Topra Hallo Und ich seh grad meine Rüstung ist fast komplett kaputt und ich muss mir jetzt mal ne neue machen bei der Gelegenheit Ja mach komm gönn dir Ich gönne mir, jawohl So Hier das wächst und gedeiht alles Kann ich eigentlich mal zurück zum Haus und mir nen Eimer machen Richtig, ich kann dir auch direkt nen Eimer geben wenn du das möchtest Ja und dann muss ich auf die Suche nach was gehen Okay, achso brauchst du nen Lava Eimer oder Wassereimer, irgendwie sowas Ja beides Beides, willst du nen Cobblestone Generator machen? Ja Unter der Erde, wo nichts anderes ist als Stein Hier, äh hier, der Eimer Ach ich muss auch wieder was essen, seh ich gerade Was war das jetzt? Nichts? Äh, ja okay So, letzte Folge Äh, willst du was erzählen? Nö Ne, weil ich wollte gerade anfangen, genau, nämlich letzte Folge Ähm, oder beziehungsweise die letzten Folgen habe ich ja dann das Schwert enchanted und Äh, ist ja nicht so glücklich gelaufen, ist halt Bane of Arthropods drauf gekommen, aber auch Looting 3 Das heißt, ich werde einfach dieses Schwert nicht zum direkten Kämpfen nehmen, natürlich klar gegen Mobs, äh, jetzt hier, gegen was war es? Gegen Zombies oder sowas? Ne, gar nicht, gar nicht Smite war gegen Zombies und, also gegen Untote generell und Bane of Arthropods war gegen Creeper und Spinnen So, da werde ich das halt zum Looten nehmen, weil Looting 3 ist halt schon ganz geil, so falls man mal von irgendeinem Mob Drop ganz viel braucht, wie zum Beispiel jetzt Enderperlen oder sowas, dafür wird sich das halt lohnen Ähm, und ansonsten habe ich jetzt Level 19 und ich werde mich einfach dran machen, dass ich nochmal ein Schwert verzaubert kriege, weil, das wäre mir halt schon mal recht wichtig So, und ich könnte auch Und das Sand? Sand kann sein, dass wir was in der Natur haben, weiß ich jetzt nicht genau Ja So, und ich farm auch direkt mal das ganze Feld hier nochmal ab, ähm Und, wir hatten gar nicht mal so viele Kühe gezüchtet, also Die sollte ich jetzt schon nochmal vermehren So Ach, jetzt habe ich was Unfertiges abgebaut Äh, so, Sand, 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 nein Nein Und nein Okay, da muss ich ja nochmal Da ist die Schaufel So Oh Gott, Alter Das war's, das eine Feld, ey Vielleicht habe ich doch ein bisschen zu viel angebaut Hatte ich nicht? Klar, ich hatte eine Karotte gefunden, die könnte ich auch mal anbauen Das mache ich mal, das mache ich mal Irgendwie hier so, die zwei Felder, kann man ja mal abfahren So Okay, ich dachte, was geht denn mit der Musik ab, ey Läuft ja mal mein Intro, oder was? Das wär witzig Zack, zack, zack Ich bräuch jetzt hier einfach mal den ganzen Sand ab Scheißegal Ja, Sand ist eigentlich ganz gut Den kann man ja immer mal gebrauchen Ich brauche Glas Genau, für noch andere Häuslichkeiten oder sonst was So, dann vermehren wir mal die Kühe Äh Rein hier So Du und du Und du und du und du Wochen wir Kohle Haben wir überhaupt noch Kohle? Hier haben wir noch Okay, eine konnte jetzt nicht Kinder machen, so wie es aussieht Okay gut Gut So Dann So, dann warten wir jetzt mal, bis das hier abbaut Abbaut? Ja Du weißt, was ich mein Brennt Ja Ich hatte auch extrem viele Mob-Drops jetzt bekommen, als ich ja letztes Mal so viele Gegner noch getötet habe mit dem neuen Schwert Genau, die habe ich jetzt mal einsortiert Ich nehme noch das Essen hiervon Und mein Inventar gefällt mir nicht Das ist sowieso unaufgeräumt, deswegen Das muss man immer direkt aufräumen, damit es nicht irgendwann überhand nimmt und man überhaupt nichts mehr irgendwie ordnen kann, also von daher So hässliger Wichser Ich habe keine Pfeile mehr Ich glaube, das Leder brauche ich erstmal auch nicht Komm die denn jetzt her Was tue ich hier hin Gut Ja komm, geh kaputt Ja, schön, nice Aber mal ein schönes Loch hier rein So läuft das, wo kommen die überhaupt her Ich würde mal sagen, die spawnen einfach irgendwo Die können doch nicht einfach hier so spawnen Das geht doch nicht Ja gut Sag das denen mal In meiner Area Ähm So, und ich Glaube Ich wollte Auch letztes Mal noch so mich vielleicht Nicht an das Dach machen Weil darauf habe ich immer noch keinen Bock Ähm Sondern Ähm Sondern vielleicht mal die Pferde, die hier hinten rumlaufen Zähmen Nur Ähm Wie ging das nochmal? Ich glaube, man musste sich einfach nur draufsetzen Aber Man konnte die Wie konnte man die? Genau Man musste so Und dann musste man die mit goldenen Karotten Oder goldenen Äpfeln vermehren So war das, glaube ich Nein Oh Gott Creeper Gut, dass der weit weg vom Haus ist Gut, dass ich jetzt keine Spitzhage mehr habe Jo, ne ganze Schwarze Scha- Äh Nicht Schafsherde, Junge Ah, noch ein Creeper Oh Gott Direkt hinter mir Ähm Ne schwarze Ähm Pferdeherde Jo, die Pferdeherde Geil Alter, sind Junge, geht's hier mit den Monstern ab Ist klar Gut, dass das Schwert auch noch Knockback hat Kann ich die immer schön Weißt du, dass das jetzt funktioniert hat? Immer schön wegschleudern So, was hat funktioniert? Ach, ich wollte wo runter springen Und hab versucht, den Wasser einmal zu benutzen Aber es hat nicht geklappt Ah, ganz schlechte Idee Tja Egal Boah, weißt du, was mir dabei einfällt Bei den Pferdezähmen Wir brauchen ja auch Sättel Äh Sättel, ja Äh Ja, ähm Ist das Sättel oder Sattel? Ich denke, die mehrzahl ist Sättel, oder? Keine Ahnung Ich glaub schon Ich guck nochmal kurz nach Weil ich, ich brauch jetzt keine Pferdezähmen Wenn wir nicht mal Nen Sattel haben Ähm Ja Deswegen guck ich das jetzt nochmal schnell nach Hier ist kein Kein Sattel Man kann auch Nen Sattel sich nicht craften, oder? Irgendwie Es ist ja schön Wir haben ja not enough items Immer noch hier drin Sattel Äh Okay Gibt's kein Rezept für Gut Warte So Hm Okay, das Äh So Na klar Geht natürlich nicht, wenn der Stick voll ist, ne? Ja Gut Also das heißt Wir müssten vielleicht doch mal irgendwann so ein bisschen Äh Netherfestung erkunden gehen Was ja sowieso der nächste Plan gewesen wäre Um da halt auch Äh Unter anderem Diamanten und Sättel Aus den Kisten, die da drin stehen, zu kriegen Und dann Können wir richtig geil weitermachen Okay Und äh Soll ich dir vielleicht nicht doch ein bisschen helfen, da unten, dass es schneller geht? Nö Ach Okay Also Pferdezeben fällt weg, weil das jetzt nichts bringt Ich will eigentlich level Warum? Gehen wir mal was Ja, ne, ohne Sättel kann ich die ja nicht steuern Hm Was gut Was, was mach ich jetzt? Weiß ich nicht Ich könnte das Dach machen, aber ich möchte nicht Weil Dächer sind scheiße Ich, da kriege ich nicht ordentlich hin Sollte ich's wagen Tu es, tu es Okay Da ich jetzt echt nichts weiter weiß Muss ich mich mal an dem Dach versuchen Ich werde einfach das aus dem Holz machen und fertig Äh Dann machen wir mal ein paar Trappen Oder ne, wir machen keine Trappen Sondern Boah, das ist eigentlich auch voll gut Wir könnten so Slaps machen und dass das Dach dann ein bisschen flacher ist Das ist vielleicht auch mal ganz nett Kann ich mal ausprobieren So Machen wir mal ein paar Slaps So, dass man nichts sieht Flauen wir eigentlich, ach Okay Ohne So, ich baue mir hier einfach mal ne Art Treppe hier hoch Aufs Dach So Wie machen wir das denn? Ich denke mal einfach einmal Ups Hier drauf Eine Nein Nein Da sollst du nicht hin Ouch Okay, da kommt auf jeden Fall schon mal Erde Das ist eh voll die scheiße Idee, die ich gerade habe Weil das viel zu tief ist Wo ist denn das Hier Oh Gott Spinne, Spinne Oh Okay Damit sind sie schon alle Okay, ich brauche mehr Slaps Da kommt noch ein Zombie Ich werde dich töten Der blutrünstige Topra Okay, da sind die Wo bin ich eigentlich gerade? Da hinten ist unsere Base Ach da Ah, okay So, wo war es der Eingang? Hier, ne? Ja, okay, das war ne Ja, mit nem Wasser einmal, genau Wait Das macht überhaupt keinen Sinn Wie ich das hier gerade gemacht habe Ich kann Ich kann das einfach so Mit vollen Blöcken machen Wenn ich hier eh eins draußen rum mache Krass Ich bin schon irgendwie manchmal ein bisschen blöd Manchmal? Ey Ja Weißt, der war mies Ja Ja Aber so bin ich halt Ja, traurig Ach, komm jetzt sammel doch das Zeug auf, ey Meinen das jetzt Okay, das war ne scheiß Idee So Mal gleich mal dazu buddeln Hm Ich könnte tatsächlich Ich könnte tatsächlich Hier trau- Hier so, so, so Dingens Das probiere ich aus Das Das ist Ne Idee Die vielleicht scheiße aussieht Vielleicht aber auch nicht Voll optimistisch, ne? Mhm So, ich mach's erstmal nur für die eine Seite Haben wir denn Haben wir denn noch hier Äh, Dingens? Nein Geil Okay Holzfarm Wo haben wir denn Wir haben doch bestimmt noch Birkenbäume Irgendwo rumstehen hier Ich kann mal da Fackeln gebrauchen So Da kann ich jetzt nebenbei Direkt noch Ein paar Monster hier töten Oder auch nicht Weil ich sie einfach zu weit weg schleudere Nein, 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 nein Na, du verfickter Wichser Schon wieder alles kaputt Ah, hat wieder meine Öfen abgebucht Ah Geil Geiler Typ, geiler Typ Auf jeden Fall So Ach, hab ich ein Zeug da jetzt drin Ja, voll die Erläuft das gar keine Birken Voll die krasse Musik bei mir grad so Hier liegt nur ein Haufen Stein rum Das ist doch scheiße Ah, was ist denn hier los? Weißt du Es gibt so viele Maps, das gibt's grad gar nicht Ja, du Ach lol, da ist ja sogar der Totem, der mal kaputt gegangen ist Vor dem Bett und geschlafen schnell Warum? Einfach so Es ist Tag Mir egal Wir schlafen jetzt noch Äh Ja, du bist ja eh zu weit weg Äh, ja Vor allem Weißt du, ich seh so Weißt du Ich seh die Sonne aufgehen Und guck so Hm Schön Und du kommst so an mit Oh, lass mal schlafen gehen Ja, aber ich bin hier Ah So Den Du bist Ah Alter, was ist denn hier los? Autsch So So, ich denk mal Das sollte jetzt Eigentlich reichen Ja, okay Den einen Baum kann ich noch machen Dann sollte es aber auch reichen, hoffentlich So Dankeschön Einfach mal Nein Was ist denn Nein 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 Scheiß Mops, Alter Naja, du wolltest ja nicht mal eine Hilfe, ne Das Ist Strafe jetzt Nee Nur, weil ich die Arbeit ersparen will Tja Dein Problem Ich habe das Holz Jetzt Vercraften wir das Holz Und bauen es in das Fabulöse Dach ein Also Jetzt brenne ich auch noch Jetzt nicht mehr Ich frag mich ja, was du die ganze Zeit für Quatsch machst Ich mach gar nichts Achso Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone Ach komm, ich will einfach nur Kohle bekommen Laufen Ah, da haben wir So Fix hier Zack Jut Voll die geile Treppe, die ich mir hier baue Okay So Okay Dann machen wir das jetzt mal Bitte Danke Mal gucken, wie das aussieht Das ist dann in dem Stil von dem Boden vom ersten Geschoss des Hauses Halt auch so im Äh, dunkel und hell Äh, gemischt Stil Gedingens Weißt schon Ja, 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 klar Natürlich Ich weiß Bescheid Ah, ja Ach, ich versetze mich an die ganze Zeit Scheiße hier grad Das bleibt zu Warte mal Wo hast du denn jetzt Hier, ne Mhm So, dann kommt da jetzt eine Fackel hin Dass ich einfach weiß, wo es reingeht Gut So, da bauen wir die Seite auch noch ab Wie ich es bei den anderen beiden Seiten mache, weiß ich jetzt noch gar nicht Aber wir werden es erstmal so regeln, weil es wird ja kein komplettes Spitzdach Äh, so dass es von allen vier Seiten nach oben zuläuft Das ist ja irgendwie auch kacke Doch, das möchte ich so Nö Du hast ja dein Projekt da, da kannst du machen, wie du willst Aber du willst ja Du willst ja nicht zusammen mit mir irgendwas machen Puh Äh, wir sind übrigens durch, ne Sind wir Das ist ja schön, so Beziehungsweise ist es gar nicht schön, ich will weitermachen So Gut, dann würde ich sagen Äh, war es das mit der Folge Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da Wenn nicht, dann nicht Schaut auf jeden Fall auch beim Topra vorbei Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ne Sagen wir ja jedes Mal Äh, und dann war es das mit der Folge Bis zum nächsten Mal Ciao, Leute Puh 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 Bis zum nächsten Mal.